Guten Tag, mein Name ist Simon Goertz, Leiter Saatguttechnologie bei NPZ Innovation im RAPOL-Verbund und wir möchten Ihnen heute Lumiposa vorstellen. Wir möchten uns vorstellen, dass wir unsere Herausforderungen im Bereich der benutzen der Betriebe, insbesondere über den Insektizid-Präparat LUMIPOZA im RAPOL-Verbund. Mein Name ist Dmitrii Zachlebner, ich werde es перевести. LUMIPOZA ist der aktive Wirkstoff Zyantranilipole aus der neuen Gruppe der Antranildiamide, ein neuer Wirkstoff im RAPS, der bereits seit einigen Jahren in EU-Ländern eingesetzt wird und eine sehr breite Wirksamkeit aufweist. Dächtigem Wäschestum Insektizid-Präparat LUMIPOZA ist Zyantraniliprol. Das Dächtigem Wäschestum ist die Klasse Antranildiamide. Die Zulassung in Deutschland wurde im Dezember 2020 erteilt und umfasst folgende Schädlinge, die im Winter-RAPS im Herbst auftreten. Kohlerdflöhe, den Rapserdfloh, die Rübsenblattwespe und die kleine Kohlfliege. In Deutschland hat dieser Präparat die Verpflichtung im Dekabr 2020 erteilt. Und seine Anwendung ist auf die Behandlung mit den nächsten Schädlingen. Dieser Präparat hat ein hoher Spektrum Aktivität. Das sind Krästezüterblöcke, Rapserblöcke, Rapserblöcke und Kapustmuck. Der Wirkstoff hat eine gute Systemizität, also Verteilung in der Pflanze, mit sehr hoher Wirksamkeit in der Wurzel gegen unterirdische Schädlinge und bewirkt eine gute Schutzwirkung bis zum dritten, vierten Laubblatt. Die Verpflichtung hat eine Systeme-Dächtigung. Er ist gut in den Rästen, auch sehr aktiv unter der Erde. Wenn sie eine Kohlflöge-Systeme verwendet, dann die Verpflichtungen gegen die Pflanze verwendet auch sehr hohe Effektivität. Was für die Verpflichtung der Verpflichtungen ist, dann arbeitet sie bis zur Phase der dritten, vierten, настоящigen Liste an Azimum Raps. Darüber hinaus besitzt Cyan-Traniliprole einen ausgezeichneten Effekt auf die Triebkraft und das Pflanzenwachstum im Winter Raps. Er hat keinen negativen Einfluss auf Nützlinge und Begleitfauna und dieser positive Einfluss auf die Biomasseentwicklung im Herbst. Um die Spektren der Wirksamkeit zu vergleichen, haben wir seit zehn Jahren Versuche durchgeführt mit Lumiposa in Winter- und Sommerraps im Feld und konnten das Wirkungsspektrum bestätigen. Für die kleine Kohlfliege und die große Kohlfliege, die im Sommer auftritt, hat es eine ausgezeichnete Wirksamkeit, speziell gegenüber den Schäden, die die Larven an der Wurzel machen. Gegenüber der Rübsenblattwespe, Atalia rosa, hat Lumiposa auch eine sehr gute Wirksamkeit. Das sind die Raupen, die den Blattfraß verursachen. Gegenüber verschiedenen Erdfloharten aus der Spezies der Phyllotreta, Das heißt, der kleine schwarze Erdfloh und die gestreiften Kohleerdflöhe hat es auch eine sehr gute Wirksamkeit. Wie bereits gesagt, wird diese Pflanzenschutzwirkung untermauert durch einen hervorragenden Effekt auf das Pflanzenwachstum. Um ein Beispiel zu sagen, aus unseren Versuchen zu geben, haben wir hier zunächst ein Beispiel gegen die kleine Kohlfliege. Das letzten Herbst erzielt wurde durch einen späten, stärkeren Befall an einem Selektionsstandort in Deutschland, wo wir auf der rechten Seite die Fungizidkontrolle sehen, mit starken Schäden, auch noch im November. Und Lumiposa stark in der Biomasse überzeugt, ohne Pflanzenausfälle, und dies untermauert auch die Wirkung. Na diesem Sleide Zimmon möchte показать вам пару фотографий, которые подтверждают, сказанные перед этим слова. Этот опыт был заложен в Германии, на одном из участков. Ich gebeurte, mit einem Schäden, auf dem Kohlfliege, mit einem Provenance auf der Kohlfliege. Das zweite Beispiel kommt aus Ungarn. Im Herbst 2016 haben wir dort an einem Standort eine sehr starke Philotreterattacke erlebt. Die Kohleerdflöhe kamen von der Seite des Fels, wo vorher Winterraps angebaut war, herein und haben die Kontrollen sehr stark beschädigt. Und hier sehen wir Lumiposa im Vergleich zu einer Kontrolle mit einem Insektiziden Neonicotinoid. Das zeigt, dass in der späteren Herbstentwicklung die Biomasse sowohl von Lumiposa wie dem Neonicotinoid auf ziemlich gleichem Niveau sind. Der zweite Beispiel, den Siemens hat, ist, dass das in der Zwischenzeitigen Sprache, in der Zwischenzeit, 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 die wir in der Foto sehen, dass die Läu- und Rätten in der Strecke verbrechen. Die Kontrolle, wo wir sieben, wurden sieben, die wir sieben, haben wir sieben, und auf dem anderen участkreis, wo wir sieben, wurden sieben, die wir sieben, haben wir sieben, die wir sieben, haben wir sieben. Und dann sieht man, dass wir sieben, die wir sieben, die wir sieben, die wir sieben, haben wir sieben. Wir haben sieben, die wir sieben, die wir sieben, die wir sieben. An dem Standort in Deutschland im letzten Herbst haben wir Drohnenüberflüge gemacht und haben diese verglichen mit der Bonitur. Das stand vor und nach Winter und die Ergebnisse sind hier dargestellt. Wir sehen auf der linken Seite die Bodenbedeckung, wie sie mit der Drohne erfasst wurde, in Prozent, und auf der rechten Seite sehen wir die dazugehörigen Bonituren. Es gab eine sehr gute Korrelation und wir sehen, dass die drei Prüfglieder, die hier verglichen werden, das heißt die unbehandelte Kontrolle, Fungizidkontrolle und Fungizidkontrolle plus Lumiposa, eine sehr starke Differenzierung gezeigt haben vor Winter mit 90 Prozent der Bodenbedeckung, 94 und 99 Prozent. Genauso wie in den Boniturnoten, wo die unbehandelte Kontrolle 7 auf einer Skala von 1 bis 9 bewertet wurde, das Beizfungizid mit 8, also eine Boniturnote besser, und Lumiposa mit Beizfungizid unter starken Kohlfliegenbefall. Sogar zwei Boniturnoten besser als die unbehandelte Kontrolle und eine Boniturnote besser als das Beizfungizid. Wir sehen, dass wir in diesem Moment in Deutschland in diesem Moment nach dem Moment eine sehr starke Verteilung Wir sehen, aus dem Quadrokopter in der Zeit und wir sehen, die biomasse, die hier die 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 hier zu lевой轉, dann gibt es ein konflikt mit Fungizidem-Protraubiteln und Lümmepos. Das ist so, dass bei 90% der Bioden bis zu belastet wird. Auf dem Fungizidem-Protraubiteln wird 94%, auf dem Lümmepos-Fungizidem-Protraubiteln. Also, bei der Bioden bis zu belastet wurde, bei 99% der Bioden. Diese Bonitur mit dem Überflug und Stand vor Winter wurde am 30. November 2020 durchgeführt. Nach Winter, als das Wachstum wieder Fahrt aufnahm, haben wir diese Bonitur nochmal durchgeführt und auch einen Drohnenüberflug gestartet. Das war nach einer Frostperiode mit leichter Schneedecke und das hat am 8. März stattgefunden. Hier haben wir gesehen, dass die Bodenbedeckung zwischen den Varianten sich so groß nicht unterschieden hat. Wir hatten Blattverluste, was sichtbar ist. Anhand der Zahlen 64% versus 68%, also ein leichter Vorteil für Lumiposa. Jedoch in der Bonitur der Einzelpflanzen, in diesem vierfach wiederholten Versuch, haben wir stärkere Unterschiede beobachten können. Sehr zum Vorteil für Lumiposa mit 6,5 für die unbehandelte Kontrolle, 7 in der Fungizid Kontrolle und 8,8 für Lumiposa. Eraco, die wir mit 17. März vergangen waren. Und bei der Rechnung auf der Rechnung des Fungicidischen Protraubikers oder den Fungicidischen Protraubikers interessiert sich oft an. Praktscherelleisesti haben wir schon sehr, ihr habt ihr euch an. Fungicidische Protraubikers plus Lumiposa schaut etwas mehr und verletzendlich in der Rechnung auf 68% der Rechnung. Das war das Rechnung auf der Rechnung. Das alles analyse wurde, das auch über die Rechnung des Rechnung. Das Konflikt hat sich auch in der Rechnung. Das heißt also, dass die Effekte bis nach Winter unter Stress einerseits durch Schädlinge und auch abiotischen Stress nach wie vor sichtbar waren. Deswegen ist Lumiposa, egal auf welchem Feld, egal unter welchen Bedingungen, das Maß für den Erfolg. Und wie das jetzt zu Blübe genau sieht, das schauen wir uns im Feld an. Und wir sind heute hier auf der Versuchsplattform in Hohen Lied. Wir befinden uns auf der Sprachplattform in Hohen Lied. Hier befinden sich verschiedene Erfahrungen. Und heute erzählen wir Ihnen über unsere Innovationen, was zu diesem Thema geht. Neben den Sortenversuchen, die Sie hier im Hintergrund sehen, haben wir auch Technologienversuche, wo wir unter anderem neue Saatgutbehandlungen testen. Wir sind in einem solchen Versuch. Hier in diesem Block steht die Rapul-Hybride Atora mit verschiedenen Saatgutbehandlungen. Dieser Versuch steht noch an acht anderen Standorten in Europa, vier davon in Deutschland, vier davon im osteuropäischen Ausland. Wir vergleichen hier neue Produkte, Bites-Fungizide mit Bites-Insektiziden. Und hier wollen wir Ihnen eine neue Innovation vorstellen. Wir stehen hier vor einer Kontrolle, das heißt behandelt mit einem Bites-Fungizid. Und wir schauen uns gleich dazu im Vergleich die Variante, die mit dem neuen Bites-Insektizid Lumiposa behandelt wurde, an. Wir haben hier aus der Parzelle bzw. aus den Randreihen jeweils fünf Pflanzen entnommen, die Sie hier ausgebreitet sehen. Im Kern wird die Parzelle beerntet, die Randreihen sind dazu da, um Nachbarschaftseffekte auszuschließen. Die Pflanzen, die wir jeweils von der linken und rechten Randreihe entnommen haben, sind zufrieden. Die Pflanzen sind ebenfalls verteilt genommen worden und sollen hier heute zu Demonstrationszwecken zeigen, wie sich der Wurzelhalsdurchmesser der Kontrolle von Lumiposa unterscheidet. Wir haben hier aus den beiden Rund-Insektiziden, die wir in den Rund-Insektiziden entnommen haben, nicht wählen. Wir haben hier in den Rund-Insektiziden, die in den Rund-Insektiziden, vor allem in den Rund-Insektiziden, die bei der Rund-Insektiziden einen Rund-Insektiziden haben. Wir wollen den Diameter der Kornhäuser zeigen. Wir werden das jetzt vergleichen mit der Lumi-Posa-Variante. Der Diameter der Kornhäuser ist bei der Lumi-Posa-Variante. Hier auf der Kontrolle der Kornhäuser ist ungefähr 15 bis 22 mm. Deshalb kommen wir jetzt zu unserer Kornhäuser, die mit Lumi-Posa-Variante verwendet wurde. Und wir haben die Möglichkeit, die Kornhäuser mit dem Diameter der Kornhäuser. So, jetzt stehen wir vor der Lumi-Posa-Variante und wir schauen uns den Wurzelhalsdurchmesser hier mal an. Genauso wie bei der Kontrollparzelle haben wir auch jeweils fünf Pflanzen entnommen aus der linken und rechten Randreihe. Und bei diesen Pflanzen sieht man eigentlich schon auf den ersten Blick, dass sie einen viel dickeren Wurzelhalsdurchmesser haben. Wenn wir uns das hier anschauen, sehen wir einen Wurzelhalsdurchmesser von bis zu drei Zentimetern. Das heißt, 0,5 bis 0,8 breitere Wurzelhalsdurchmesser. Hier ist einer von 2,6, 2,4, 3,0. Und auf der anderen Seite ebenso fast 3,0, 2,8 und 2,5. Wie ihr gesehen habt, mein Kollege Simon Gertz ist, die Kornhäuser mit der Kornhäuser, die wir aus der Kornhäuser aus der Kornhäuser aus der Kornhäuser aus der Kornhäuser. Sie ist eine die USA von der Kornhäuser und die Kornhäuser Das ist eine große Größe, die wir aus der Bühne verabschieden sind, die wir aus der Bühne verabschieden wurden, die wir aus der Bühne verabschieden wurden. Das ist eine große Unterschiede, das wir sehen, nicht in den Augen, aber der Bühne der Bühne zeigt, dass der Bühne deutlich ist.